Wer jetzt in der Lage ist, Gas zu geben, fokussiert zu bleiben, sich nicht anstecken zu lassen, der Einäugige unter den Blinden zu sein, in einem Meer von Blinden, die jetzt meinen irgendwie, es ist wichtiger zu gendern und sich seine Pronomen auszusuchen, wer das macht, während es die anderen nicht mehr machen, der wird umso mehr out scheinen. Also er wird umso mehr im Spotlight sein und von anderen Leuten gefunden werden.